In diesem Video möchte ich dir einige Tipps und Tricks für das Arbeiten mit dem Co-Piloten von Microsoft vorstellen. Dabei sehen wir uns die folgenden drei Bereiche an. Probleme, die beim Starten auftreten können, Probleme mit den Prompts oder Probleme mit den Antworten. Möchtest du mit dem Co-Piloten arbeiten, müssen wir uns zuerst anmelden. Öffnest du also die Seite copilot.microsoft.com, musst du dich mit einer E-Mail-Adresse anmelden. Dabei kann es passieren, dass du nach dem Login nur ein weißes Fenster siehst. Mir ist es auch schon passiert, dass ich diese Fehlermeldung erhalten habe. Das tritt meistens dann auf, wenn du versuchst, dich beim Co-Piloten in der Bing-Suche anzumelden. Das Problem liegt allerdings nicht, wie die Fehlermeldung hier behauptet, am Safe-Search-Modus. Dahinter steckt ein Problem mit deiner E-Mail-Adresse. Wir in Salzburg haben beispielsweise die aps.salzburg.at als Dienst-Mail-Adresse. Hinter dieser Adresse ist allerdings keine A3-Lizenz hinterlegt, daher funktioniert auch der Co-Pilot nicht. Möchtest du den Co-Pilot also nutzen, musst du deine Schul-Mail-Adresse mit hinterlegter A3-Lizenz verwenden. Da vermutlich nicht nur ich mehrere E-Mail-Adressen parallel nutze, würde ich es dir empfehlen, dass du im Edge-Browser für jede E-Mail-Adresse, also für jedes Microsoft-Konto, ein eigenes Browser-Profil einrichtest. Dadurch umgehst du Probleme, dass sich die unterschiedlichen Konten im Browser gegenseitig im Weg stehen und es teilweise zu etwas kryptischen Fehlermeldungen kommen kann. Wie du so ein Browser-Profil einrichten kannst, habe ich bereits in einem separaten Video erklärt, welche ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Hast du dich nun beim Co-Piloten angemeldet, hast du drei Möglichkeiten den Co-Pilot zu nutzen. Einmal direkt über die Webseite copilot.microsoft.com, die du hier siehst. Die zweite Variante wäre über die Suchmaschine von Microsoft, Bing. Hier siehst du prominent in der Mitte platziert, Bing-Chat-Fragen. Das führt dich ebenfalls zum Co-Piloten. Die Variante, die sich für mich im Alltag am meisten bewährt hat, ist die Nutzung des Co-Piloten über die Seitenleiste im Edge. Klicke ich in der rechten Seitenleiste auf das Co-Pilot-Symbol, öffnet sich der Co-Pilot und ich kann ihn parallel zur geöffneten Webseite betrachten. Der Vorteil davon ist, dass der Co-Pilot aus der Seitenleiste auch auf die Webseiteninhalte zugreifen kann, diese beispielsweise durchsuchen kann oder mir auch eine Zusammenfassung generieren. Damit der Co-Pilot allerdings auf die Webseite zugreifen kann, müssen wir das in den Einstellungen aktivieren. Ich öffne also die Browsereinstellungen des Edge-Browsers, wähle links Randleiste, klicke dann auf Co-Pilot und erlaube dem Co-Piloten den Zugriff auf den Seiteninhalt. Danach kann der Co-Pilot aus der Seitenleiste auf deine Webseiteninhalte zugreifen. Ein Begriff, der beim Arbeiten mit KI-Systemen immer wieder vorkommt, ist der Begriff Prompt. Ein Prompt ist nichts anderes als die Aufforderung, die du an die KI richtest. Hier gibt es natürlich auch Möglichkeiten, bessere Prompts zu formulieren und so auch bessere Antworten zu erhalten. Wenn du den Co-Piloten öffnest, siehst du, dass bisher noch keine Fragen gestellt wurden. Möchtest du allerdings eine neue Frage stellen, nachdem du bereits mit dem Co-Piloten gearbeitet hast, würde ich dir empfehlen, links unten auf neues Thema zu klicken. Dadurch wird der Co-Pilot quasi zurückgesetzt und er bezieht sich in den neuen Antworten nicht mehr auf bereits gegebene Antworten. Danach musst du noch den richtigen Unterhaltungsstil auswählen, je nachdem, ob du eine kreative Antwort, eine ausgewogene Antwort oder eine genaue Antwort willst. Meine Standardeinstellung ist hier im höheren Maße ausgewogen, aber gerade wenn es um die Generierung von Bildern geht, hat sich für mich im höheren Maße kreativ durchaus bewährt. Ein weiterer Tipp im Umgang mit Prompts ist, diese Prompts möglichst genau zu formulieren. Hier siehst du im Blau einen Prompt, Planung, soziales Lernen, wegnehmen. Für eine KI ist das kein wirklich idealer Prompt, sondern das sind eher Stichworte, die ich in einer Suchmaschine verwenden würde und dann die Ergebnisse selbst sichten würde. Wie du hier auch siehst, die Antwort ist auch nicht wirklich befriedigend. Ich habe daher den Prompt umformuliert. Er stelle eine Unterrichtsplanung im Fach soziales Lernen für die Altersgruppe 10 bis 11 Jahre. In der Klasse werden immer wieder ungefragt Dinge ausgeborgt, das sorgt für viel Unmut und Unruhe. Ich möchte, dass die Kinder verstehen, dass man fragen soll, wenn man sich fremde Dinge ausborgen möchte. Dieser Prompt liefert hier schon eine weitaus bessere Antwort. Es werden mir die Lernziele definiert, es wird der Unterrichtsverlauf sogar in Minuten aufgeschlüsselt und am Ende bekomme ich auch noch die Möglichkeit, mir diese Antwort herunterzuladen, entweder als Word-Dokument, als PDF oder als Textdatei. Ich hoffe, dass dir dieses Beispiel zeigen konnte, wie wichtig es ist, den Prompt sauber zu formulieren. Hier kurz zusammengefasst die wichtigsten Tipps. Wähle den richtigen Unterhaltungstyp, kreativ, ausgewogen oder genau. Gib genaue Anweisungen, was du von der KI bekommen möchtest. Definiere dein Zielpublikum, beispielsweise für 8-jährige Schulkinder. Wenn notwendig, kannst du auch die Länge definieren, zum Beispiel, dass die Antwort maximal 200 Wörter lange ist. Du kannst auch den Ausgabetyp definieren, wenn du beispielsweise eine Tabelle erhalten möchtest und du kannst auch nachfragen. Das bedeutet, du kannst dem Co-Piloten sagen, formuliere das genauer oder fasse den Text bitte kürzer zusammen. Das alles führt sicher zu besseren Antworten. Hier siehst du noch einen Beispiel-Prompt für diese Tipps. Erstelle eine Zusammenfassung des Märchens Rotkäppchen auf Englisch. Die Zusammenfassung soll ca. 150 Wörter lang sein. Schreibe zwei Varianten, einmal in einfachem Englisch und einmal in gehobenem Englisch. Links siehst du bereits die Antwort und mir persönlich waren diese Antworten etwas zu kurz. Ich habe daher nachgefragt und dem Co-Piloten gesagt, schreibe beide Varianten ausführlicher. Und wie man hier sehen kann, beide Varianten wurden ausführlicher geschrieben. Hier siehst du noch ein Beispiel für eine Bilderstellung. Ich habe den Co-Piloten gebeten, mir ein Porträt für eine Personenbeschreibung zu gestalten und habe genau die Punkte aufgeführt, die mir dabei wichtig sind. Wenn du nun parallel dazu das Bild betrachtest, fällt auf, dass meine Vorgaben ziemlich gut umgesetzt wurden. Einzig über den letzten Punkt, Muttermal auf der rechten Wange, lässt sich natürlich streiten. Zu guter Letzt kann es auch immer wieder zu Problemen mit Antworten kommen. Ein Thema, das immer wieder als problematisch bei der Generierung von Bildern oder auch Texten mit KI gesehen wird, ist, dass die KI natürlich abhängig davon ist, mit welchem Material sie trainiert wurde. In diesem Fall lässt sich gut erkennen, dass die KI durchaus vorurteilsbehaftete Bilder generiert. Ich habe den Co-Piloten gebeten, erstelle ein fotorealistisches Bild, das eine Gruppe reicher Personen zeigt und danach, dass eine Gruppe armer Personen zeigt. Es fällt dir sicher auf, dass das Bild der reichen Personen und auch das Bild der armen Personen in Bezug auf die Hautfarbe durchaus problematisch vorurteilsbehaftet ist. Manchmal kommt es auch vor, dass die KI einfach falsche Antworten gibt. Ich habe den Co-Piloten gefragt, erzähl mir von der Fußball-WM 2024. Wer ist Weltmeister geworden? Die KI sagt mir, die Fußball-Weltmeisterschaft 2024 wird in Deutschland stattfinden, was falsch ist, denn es findet die Europameisterschaft in Deutschland 2024 statt. Richtig ist allerdings, dass dieses Turnier erst 2024 stattfindet und der Sieger daher noch nicht feststeht. In letzter Zeit hatte ich immer wieder Probleme, wenn ich eines meiner Videos vom Co-Piloten durchsuchen lassen wollte und beispielsweise eine Zusammenfassung generieren. Ich habe hier mein Video zur Subtraktion von natürlichen Zahlen geöffnet, habe mir den Video-Link kopiert und habe dann den Co-Piloten gebeten, mir eine kurze Zusammenfassung zu erstellen. Der Co-Pilot erstellt zwar eine Zusammenfassung, erkennt aber in meinem Video die Geschichte von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Für den ein oder anderen wäre dieses Spiel vermutlich interessanter als mein Video zur Subtraktion von natürlichen Zahlen, allerdings erfüllt diese Zusammenfassung nicht wirklich ihren Zweck. In diesem Fall bin ich dann auf den Co-Piloten in der Seitenleiste ausgewichen. Ich habe ihn gebeten, erstelle eine kurze Zusammenfassung mit ca. 100 Wörtern zum geöffneten Video. Und wie du siehst, hat das hier um einiges besser funktioniert als zuerst. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einige Tipps und Tricks mitgeben, wie du das Beste aus KI-Tools wie zum Beispiel dem Co-Piloten herausholst. Dir muss allerdings bewusst sein, dass solche Tools noch immer in Entwicklung sind und wie du gesehen hast, die Antworten auch immer etwas mit Vorsicht zu genießen sind. Dieser Punkt lässt sich allerdings wunderbar im Unterricht thematisieren, wenn es um die Kompetenz des kritischen Denkens geht. Trotz kleiner Kinderkrankheiten wünsche ich dir nun viel Spaß bei der Arbeit mit dem Co-Piloten von Microsoft. HPro gações M- Kelly M- je M-E-E-O-S